Im fünften Band der Nils-Trojan-Reihe geht es um drei Mordopfer, in deren Haut rätselhafte Botschaften eingeritzt sind. Und Trojan bekommt allmählich den Verdacht, dass diese Botschaften direkt auf ihn abziehen. Und dann taucht eine sonderbare junge Frau auf, die behauptet, die Tochter des Federmanns zu sein. Und nicht nur das. Sie behauptet, der Federmann sei zurückgekehrt. Der Federmann ist wieder in der Stadt. Der Federmann tötet aus Lust und aus Rache. Es bereitet ihm große Lust, seinen Opfern die Haare abzuschneiden und sich ganz darin einzuhöhlen. Und er will Trojan vernichten. Das ist das Rache-Motiv. Denn Trojan hat am Ende des ersten Bandes dem Federmann große Schmerzen zugefügt und hätte ihn beinahe getötet. Ach ja, ich habe dem Trojan schon ein paar Eigenschaften von mir selbst mitgegeben. Zum Beispiel seine Sensibilität, seine Offenheit, seine Beobachtungsgabe, seine Menschenkenntnis, vielleicht sogar auch seinen Sinn für Romantik. Aber ich habe ihn auch so entwickelt, dass ich immer wieder eine Distanz zu ihm aufbauen kann. Dass er mir nicht zu nahe kommt. Und ja, dass wir so aus der Entfernung heraus gute Freunde im Geiste sein können. Die Inspiration zur Figur des Federmanns kam durch ein Gemälde von Max Ernst. Und das heißt, die Einkleidung der Braut. Und dieses Bild hat mich unglaublich fasziniert. Auf diesem Bild ist unter anderem eine Figur, eine weibliche Figur zu erkennen, die ganz in ein Kleid aus Vogelfedern eingehüllt ist. Und ich habe lange darüber nachgedacht und bin auf diese Verbindung gekommen, diese merkwürdige Verbindung zwischen Haaren und Federn. Was beim Menschen die Haare sind, sind beim Vogel ja die Federn. Und noch ein paar Schritte weiter in meinen Überlegungen kam ich dann auf dieses merkwürdige Vogelwesen namens der Federmann. Ich liebe Berlin. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich bin in Berlin geboren. Ich bin immer wieder hierher zurückgekehrt. Und ich mag besonders dieses Viertel hier in Kreuz Köln, weil es so besonders, so lebendig ist und weil es hier so unterschiedliche Menschen gibt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Berlin einen ganz eigenen Puls, einen Beat hat, der direkt in meine Arbeit einfließt. Der Federmann ist nicht zu stoppen. Nicht einmal von mir. Na From F такогоans muss ich nachdenken. Mit. Geschirken. Aber ich bin in Berlin. 근 나가 sich nach dem말, Junge in Berlin. Bein Berlin. Und woitable. Ich bin in Berlin. Ich bin mit. Kaik. Aus. Sä.